Die Pflichtkampflichkeit nach Außenzeiten, dann werden wir erschaffen. So eine Familie, die macht wirklich Spaß, doch Achtung, Obert, Vorsicht, es ändert sich was. Hans liebt Gaby sehr, doch er muss erst mal zur Bundeswehr. Der Gaby liebt inzwischen, guckt Martin, Hans hat nun wirklich die schlechteren Karten. Aus Welt, für seinen Verlust, wird Hans, General Feldmarschall. Und als er im nächsten Krieg mit seinen Truppen ins Nachbarland einmarschiert, denkt er sich lauter gemeine Vernichtungsaktionen gegen den Feind aus. Ach Gaby, Gaby, warum hast du mich verlassen?